Das ist die Heimat von Bamberg. König Arthur Abraham und wir sehen mit der Mütze auf und der starken rechten Ralf Metzenmacher eben noch am Pinsel und der Mann vom Bass, Steffi Stefan, die roten Handschuhe fixiert auf den Gegner, die Füße tänzeln im Raum, er muss aufpassen, er steckt eine lange Rechte von Metzenmacher ein, aber man sieht, das sind zwei faire Sportsleute, die hier aufeinander treffen, in Bamberg, nicht irgendwo anders. Das hier ist der Ort des Weltmeisters und wir gönnen den beiden Kontrahenten eine Pause. Steffi Stefan, wie fühlt sich das an, gegen den großen Metzenmacher im Ring zu stehen? Das fühlt sich eigentlich so an, als wenn man nichts gewinnen könnte. Steffi Stefan scheint nichts gewinnen zu können. Wie sieht es aus mit Ralf Metzenmacher? Ein Mann der Fairness? Läuft das auf ein Unentschieden hinaus? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel Finten schlagen konnte wie Herr Stefan. Herr Stefan, der Mann der Finte. Und damit verabschieden wir uns fürs Erste live aus der ETSV Bamberg Arena. Der Mann der Finte. Und damit verabschieden wir uns für mich.